Hallo, 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 jetzt komme ich, hallo, Frau, junge Frau, nehm mal jetzt nicht schimpfen, wissen Sie was, ich habe nämlich gehört, ich habe was für Sie mitgebracht, ich habe gehört, Sie hatten Geburtstag, alles Gute noch von mir, wir kennen Sie ja nur schon ganz schön lange, und da habe ich gedacht, ich muss Ihnen ein Ständchen spielen, ich habe extra für Sie geübt, passen Sie mal auf. Super, was haben Sie, haben Sie nicht schlecht gemacht, schöne Überraschung, das ist gelungen.